Ja, ja dann, leg los. Schönen guten Abend. Na toll, mein Browser macht gleich erstmal wieder ein Fehler. Okay. Get out! Genau, ohne Twinks, ohne Coop, ohne alles. Wie damals 2005, Chef. Äh, 5! 5! Entschuldigung, 2005 natürlich. Ach, scheiße. So, ich klicke mal auf neuen Charakter, so. Die Liste ist nämlich nur sehr leer. Ja. Jop. So, even. Schönen. Rie. Ah, ha, 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 ha. So, da haben wir meine Eddy wieder. Lila, noch mehr lila, ein wenig blauer. Bis gegrün im Gesicht vielleicht. Aber nicht zufällig. Ich glaube, du müsstest die Tem gleich mal einen Tacken runter machen. Du hast doch kein Kind im Moment. Nein, nicht Krieger. Ah, Gott, da ist aber fast schiefgegangen hier. Ja, bleibst du dabei? Nimmst du einen Priest? Ja, okay. Ja, gut, aber da siehst du genau dein Video-Bild drüber. Über der Klassenausfall, die kann ich nicht erkennen. Nö, nö, ist nicht. Gut, dann nehm ich auf jeden Fall den Hunter wieder mal zur Abwechslung an dem. Tada! Der Klassiker? Gatt. Meiner ist da. So ein bisschen an Variationen. Und den Flug genießen. 10.000 Jahre lang pflegten die unsterblichen Nachtelfen eine druidische Kultur in den schattigen Nischen des Waldes von Ashenway. Doch jüngst zerstörte die katastrophale Invasion der brennenden Legion die Ruhe ihrer uralten Zivilisation. Unter Führung des Erzdruiden Malfurion Stormrage und der Priesterin Tyrann de Whisperwind stellten sich die mächtigen Nachtelfen dem Ansturm der Dämonen. Ich weiß nicht, ich hab ja... ...lautlos. Für ihren Sieg mussten die Nachtelfen jedoch ein schreckliches Opfer erbringen. Sie mussten zusehen, wie ihr geliebter Wald und ihre Unsterblichkeit selbst von den Flammen der brennenden Legionen verzehrt wurden. Um ihre Unsterblichkeit zurückzuerlangen, beschlossen einige abtrünnige Druiden einen ganz besonderen Baum zu pflanzen, der ihre Geister mit der ewigen Welt verbinden sollte. Ja, jetzt. Malfurions Warnungen zum Trotz, dass die Natur diesen Egoismus niemals segnen würde, pflanzten die Druiden den großen Baum Teltrasil an der stürmischen Küste des nördlichen Kalindor. In dem vom Zwielicht umspielten Geäst des riesigen Baumes entstand die wundersame Stadt Darnassus. Doch der große Baum war nicht vom Segen der Natur berührt und wurde bald Opfer der Verderbnis der brennenden Legion. Jetzt sind die wilden Tiere und selbst die Äste des großen Baumes durch wachsende Dunkelheit besudelt. Als einer der wenigen noch lebenden Nachtelfen müsst ihr Darnassus und die wilden Kinder der Natur gegen die schleichende Verderbnis der Legion verteidigen. So, also nochmal. Ich habe festgestellt, ihr habt nichts davon mitbekommen, was wir in den ersten paar Minuten miteinander gesprochen haben. Oh. Ja, irgendwie war der Ton weg. Also, wir haben ein neues Projekt vor. Wir würden gerne zusammen und mit euch zusammen WoW spielen. WoW Classic. Ja, guck mal. Die kenne ich. Hallo, ja, hallo. Platz stehen. Ja, ruhig. Ja. Und auf einem BVI-Server ganz neu angefangen. Keine anderen Charaktere da. Ja, wir starten von ganz vorne und werden auch, wenn wir die passende Kohle zusammen gespielt haben, eine neue Lühle gründen. Da könnt ihr mitspielen, wenn ihr möchtet. Oder auch nicht. Wir gucken mal, wie es ankommt. Auf dem Discord-Seite natürlich auch herzlich willkommen. Wir arbeiten dran. Und verzeiht uns am Anfang. Technische Probleme, ja. Wir gucken einfach mal, wie es funktioniert. Mal stream ich wahrscheinlich mit BILD. Mal stream Elentari mit BILD. Echt? Nein, willst du dich holen? Dann tun wir da für dich. Nehmen wir Bunyi oder so. Zum Beispiel. Ich habe hier so wunderbare Ausrüstungszeichen. Sieh mal, wie er W steuert. Ich lasse erst mal drin. Vielleicht habe ich ja was vergessen. Zum Beispiel, wenn man läuft. Man springt vielleicht? Trau mich nicht alleine. Ja, Junge, da musst du mal wachsen. Was? Springen, springen, springen. Okay. So. Ja, komm. Erstmal hier. Ein paar Havel verhauen. Nein, Flieger, nein. Nein, ein Achtertasch. Nein, weiß niemand. Gleichgewicht der Natur. Hast du die gleiche Quest? Ja. Annehmen. Wir müssen ja aber nicht vorlesen, oder? Nein. Besonders in dem Bereich würde ich sagen, das können wir uns klemmen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Viel Glück. Das Wichtigste haben wir vergessen. Was denn? Wir sind keine Gruppe. Erstmal zu vorne hinzufügen. Stimmt, da war noch was. Die kennen ich nicht. Wer ist denn? Kontakt hinzufügen. So, und wie war das mit der Gruppe? Soll ich? Nochmal. Ich kenne dich nicht, die will ich nicht. Man konnte sich rechts entweder die Quest anzeigen lassen. Das war mit L oder so ein Lock. Ja, und dann, ich glaube, Shift und draufklicken. Ja, das war's. Shift und draufklicken. Ja. Nee, auf der ganze Zeit der Quest. Ja, ich weiß. Wir haben So. Da läuft schon so zickiger E-Bahn. Ein E-Bahn. Überlein, 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 überlein. Hab ich den hier an Fähigkeiten. Angreifen kann ich. Super. Genau. Ich habe Zorn. Und, bringt ja nichts. Nein, äh, ja. Komm, er lu. Welchen Witz? Charge! Ach ne, da war eine andere Klasse. Der epische Schaden. Ja! Ach Gott, ich muss noch Autoplündern einstellen. Warte mal kurz. Schnell plündern. Danke. Und, wie war das denn? Äh, Escape Interface. 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 Steuerung. Schnelles Plündern, ja. Ist da schon auf der Startseite direkt? Ja. Ja, hab ich schon. Und OK. Ich muss wirklich bei der Mini-Tastatur oft jetzt nach unten schauen. Guck mal nach oben. Hast du jetzt die Bluetooth genommen? Ja. Da ist ein Eber, 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 Eber. Eber in Sicht. Und zack. Der brennt aber mein Loot. Er kriegt uns die Weißleber, da kommt ein Tiger. Und zack. Geht doch. Muss klar keiner aufhalten. Wir sind episch. Legendär. Wohin? Geradeaus durch. Mein geradeaus. Eber. 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 Ein Zahnstocher hier. Mal auf doof. Also Wetter gab's aber früher noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine... Doch, wir hatten doch Schnee irgendwo. Ja, auf dem Boden. Guck mal, guck mal. Ja. Nein, aber ich meine es hat auch geschnallt. Meinst du? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Aber ist doch erst die Pinte 16 Jahre her. Da kann man sowas schon mal vergessen. Von mir meint geradeaus ein... Ja. ...Kuschel. Voll unauffällig. Der da? Ja, okay. Zack. Darfst du auch mal... Haben wir irgendwie Plündern als Gruppe aus oder so? Weiß ich nicht. Ich hab zwischendurch auch was gekriegt. Okay. Ich kann doch mal eben nachschauen. Warte mal. Ähm, Plündern als Gruppe. Ne, ist alles richtig. Okay. Hinter dir ist ein Eber. So. Da war auch noch irgendwas mit Zivilgesilter, so ein Kram, ne? Ja, gut. Aber das ist ja im Moment alles noch nicht wirklich relevant. Oh, ein Gürtel. Ein Gürtel. Warte mal. Ich habe einen Gürtel bekommen. Und Handschuhe. Boah. Hammer. Jetzt hau aber richtig auf den Kutz hier. Heu, 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 heu. Ich frag mich, warum so ein Vieh so ein Gürtel mit trägt. Ja, keine Ahnung. Gerade ich auf einem anderen Server. Ich hab ja noch mal kurz in den anderen ersten wieder Classic-Charakter reingeguckt. Da hat eine Spinne ein Handwerksrezept getroffen. Ich mein... Ja, verstehe ich da auch noch. Ja, ist doch klar, dass sich Spinnen so weit aufschreiben, oder? Ja. Ja. So, die Eber haben wir alle, brauchen nur noch ein paar... Tigerchen. Ja, okay, dann müssen wir in die andere Richtung. Okay, die Gremlins können wir später umhauen, ich würde sagen in die andere Richtung, genau. Die Musik. Ja, die ist doch ganz schön prägend geworden. Ja. Da oben rechts ist einer. Da kommt einer, auf der richten Seite, genau. Ja. Wir sind auch noch welche gleich. Ja. Ja, ja. Meckern. Ja. Und... Zack. Wir nehmen gleich den nächsten... Ein Schild. Das müssen wir ja da haben, ne? Ja. Okay. Ja. Wir haben einen gelben Punkt auf der Minimap, also... Warte mal, ich hab Stiefel gedruckt, genau. B für Tasche. Stiefel. Ich hab noch alle Dekater verkauft. Ich hab noch alle Dekater verkauft. Ich hab noch eine schwere Rüstung, oder... schwere Rüstung kannst du noch nicht, ne? Ne, ne, ist erst ab 40, soweit ich mich entsinne. Ja, ich muss momentan leider auf die Tastatur gucken. Um die, äh... Die, äh... Ich muss nur da drücken, um mir das eine zu kaufen. Ja, guck mal. Ja, cool. Ja, haha. Festen Blackrock-Pfeile kaufen. Ja, ich weiß. Ich bin geehrt. Ich auch. Das Gleichgewicht der Natur. Fest der... Äh... Dann nehmen wir den Handschuhen. Dann nehmen wir den Handschuhen. Dann nehmen wir den Handschuhen. Ja. Ich hab Handschuhe, dann nehme ich die Armschuhen. Okay. Mann, ja. Oh, der blab. Oh. Jetzt das Siegelzeichen. Mögen euch die Sterne leiten. Und das Gleichgewicht der Natur. Ja. Fest an der Nadris. Hä? Schon wieder? Ach nee. Teil 2, ne? Hm? Die eine ist fertig. Ja. Ja, du hast das Item ja gekriegt, das müsst ihr halt durch... Nein. Nein, das Gleichgewicht der Natur. Habe ich immer noch 7 Dinger töten. Die sind noch aktiv. Ja, 7 und 7 diesmal. Das sind andere. Das sind nicht die Kleinen, das sind die Größeren. Ah, okay. Okay. Das eine waren glaube ich junge Nachtsäbler und das sind dann jetzt Reudigen Nachtsäbler. Hm. Ja. Das ist ein junger. Okay, die Reudigen sind wahrscheinlich weiter rechts rum, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Sollen wir erst mal die andere? Was war die andere? Mal in den Questlog reingucken. Konservator Italien verlangt... Ach nein, nein, Entschuldigung, falsch. Ge-Aztes-Siege-Zeichen. Lest das Ge-Aztes-Siege-Zeichen und spricht in... Da weiß ich nicht mehr, wo das war. Das ist das Ding direkt vor deiner Nase. Okay. Dort. Äh, falsche Richtung. Oben. Jo da. Ich wollte gerade das Rennen, äh, ja gut. Rennen? Ja. Ja. Meinst du, das ist oben auf dem Baum schon? Ja, stand doch da. Ich weiß dann doch auch nicht mehr. Aber stand da. Okay. Oben auf Aldrasil. Okay. Mal so. Hier. Ach. Du musst... Doch, du musst auch hier rein. Guck mal, wir hatten die Leere direkt nebeneinander. Jo. Ich bin ganz wohl. Ja. Ich muss nur der rechten Tante. Du musst zum linken Typen. Ciao. Mal so. Mal so. Seid gegrüßt. Ich möchte bitte ausgebildet werden. Ich habe nämlich auch 37 Kupfer. Ja, ich auch. Ich bin also richtig... Ich bin auch... Ja. Ausbilden. Wildtiere aufspüren. Yay. Wird das nicht automatisch in die Leistung bezogen? Okay. Ähm... Ja. Wie? Keine Ahnung. Hä? Nee. Fähigkeiten. Welcher Buchstabe jetzt? P. Wie Paulus. Ah. Paulus, Blinkus, neue Fähigkeit, mal der Wildnis. Okay. Eigentlich hat er ein paar Fähigkeiten, die man lernen kann. Aber ich habe keine Kohle. Ja. So ist dann manchmal. Warte mal. Ab Stufe 4. Ab Stufe 6. Ab Stufe 6. Ab Stufe 4. Und wir sind in Stufe... Ich habe keine Ahnung. Zwei. Zwei. Zaap. Da hab ich ein Problem. Über meiner Stufe steht. Der Discord. Wieso, der Discord? Ja. Da hab ich so ein Einbild drüber. Es.. Keine Ahnung, ich muss mir das da ja nochmal angucken. Ich hab ihm zwar gesagt unten rechts, aber irgendwie hat ihn das nicht wirklich interessiert. Wehm müssten... so jetzt weiter ich habe da unten noch und festgelegen gesehen wohl weil ich in die falsche Richtung losgerannt neuer hat er wollen Zeichnung im Kopf er hier hat er steht hier an der dringend mit dem eigentlich nicht und einfach mal mit oder meinst du mit dem Spinnengift ja wahrscheinlich grüße fällt da wieder spontan verschmorte Verkabelung ein ja mir auch, durch kleinen Gurtfluss ja sucht uns die Reade die Reade die Reade die Reade die Reade die Reade sagt, aber ich gehe mal eben schon mal den Kaffes verkaufen ja unverfeilend ich will nur Menschen zusammen brauche ich, brauche ich, brauche ich brauche ich da gab's ja doch was zum Verkaufen ja ja ja, ich bin ja hier dein links ist Bogenmacher, der ist nur Daldien ich war da mit dem Verkauf muss man es da reinschieben weil ich weiß es echt nicht mehr äh, rechtsklick auf die Items wenn das Fenster ausreicht aber kannst du es auch noch verschieben er hat einen 8-Platz-Köcher ich habe nur 6 Plätze aber er kostet 1 Silber so viel habe ich ach ja hat das mich vorbei alles zu verkaufen die Göttin Schütze Okay. Erstmal Triade, um dann die Gremlins zu hauen, oder erst mal die Nachsäbler? Warte mal, links war noch... oder die Spinnen. Ja, das sind die Spinnen. Da ist immer noch einer. Da, siehst du? Ja, sag ich ja, die Spinnen. Den Typen, den Vergifteten. Wie darf ich helfen? Mit den Mondblüten und so. Aua. Ja, nehmen wir gleich an. Was wir haben, haben wir, oder? Ja. Und hier sind hier hinter schon... Nee, da sind die Jungen. Welche Quest machen wir zuerst? Ich würd sagen, die Viecher, die müssten uns auf dem Weg her, gleich entgegen kommen, oder? Ja, da sind aber die paar Gehrte. Das sind erst noch Junge. Ja, die sind hier durch. Da ist sie erst im normalen Diskel Eber. Na ja, gut, aber jetzt hier, das Ziel ist natürlich schon eigentlich mehr siegreich. Ja, doch mal machen. Ja. Ja, da sind die in der Tür. Geht der was von uns? Nein. Sind auch gar keine Gremlins in Grelkin. Ja, das ist noch ein Lister Eber, gerade aus Durch. Ja und hier vorne auf dem Felsen ist ein Reuniger. Ja, hier. Und hier vorne auch der Nase auch weg. Warte mal, ich hol den mal eben. Ja. Ja, der. ich muss zuerst etwas anvisieren okay ich habe das zu über dem target ich weiß nicht mehr wo das war doch mit sicherheit unter interface oder nicht das mit dem ziel des ziels ich gucke gleich doch ziel des ziels anzeigen habe ich schon ist bei mir drin das ist direkt im unter interface bei kampf moment interface kampf ziel des ziels ist an ja ok das war irgendwann mit gruppe oder sowas meine ich das wurde mich dann an deinem ja sicher jetzt mach doch mal das ding da aus das fenster weg aber und klick mich an ich habe was im target ok ja stimmt ok das ist irgendwie anders im kopf wie ihr seht ich habe kein ziel ich muss dazu geben so was haben wir ja früher nie benutzt hinter dir hinter mir ja ich brauche ein ziel ok hier oben in der grube sind die sind aber wirklich gut getarnt die viecher ja die der ist ok da ist noch einer wie viel brauchen wir noch zwei stück brauchen wir noch lebt es einigermaßen mit dem alien so von der performance Da würde ich sagen cpu auslastung bei 3,9 prozent ich habe kein ziel und von den vier haben wir alle, jetzt machen wir die ebers, eber ist aber da hinten links ja jetzt von einem target, der renner war weg so du musst auch nicht stehen ich habe auch zu stehen da ist der nächste hier wieder steuern willst du noch? rechts, komm guck mal jo zack noch einer noch einer ja, auch ok gut einen ist nur noch da hinten ist nur einer, guck mal komm ich muss näher ran ich brauche ein ziel gut, die haben wir oh Gott noch mal auf jeden map okuma ja, sonst nicht ähm erst so der triade und die grecken oder den spinntyp äh, wir suchen den spinnentyp, der liegt ja neben der spinnenhöhle meine ich, ne? ja, ja, genau hier greift auch noch nix an im moment boah, wird das scheiß Wetter hier ja da steht was von Sonnenschein oder nur noch Tag halten wahrscheinlich, ne? Tag ja, ich weiß jupi äh einfach den Rückenpfeilen das war aber nicht nett woody muss ja irgendwo hier sein, oder? ja, ja, Moment folge mir unauffällig die Stungsspiller die kommen eh die aggro ah, okay so da ist die Pfeffer nach rechts kommt noch huli ich bin hinter dir okay da ist er kuma ist da und sagt nix ich weiß, was haben wir uns beim ersten Mal dämlich gesucht ich bin geehrt viel Glück der ist doch schwindelig ein, ein Freund in Not okay dann erstmal zurück, würde ich sagen was ist das denn? eine ausgefranste Robe, möchtest du die habe? mhm, nein, ich hatte aber was... die hat 8 Rüstungen warte mal ich hatte eine Hose gedroppt die hat 25 Rüstungen und ich vorher hatte auch 25 Rüstungen okay du kannst ja mal gucken ach, du kannst ja auch Leder tragen das stimmt du bist ja keine... okay, ich nähe ich ziehe die wieder aus weil äh wenige Rüstungen okay wir kommen gleich ein Budi zur linken und zur rechten nehmen wir uns in Rechten okay ein Kettenumhang so ein Pech war das bei den Umhängen nicht egal? der ist grau, warte mal ja, das ist egal gut, den hätte ich jetzt gar nicht angezogen weil ich dachte, die Kette können wir eh nicht tragen nur eine Bedeutung nur eine Bedeutung das ist ein Kette Du hast einen kleinen schwarzen Beutel bekommen. Okay, yo. Das ist eine Aussage. Für wen waren denn die? Da geradeaus durch. Ne, ich mein die Nachtsäbler. Ach, für den am Startpunkt, ne? Ja. Dann lass mal hier. Was führt euch hierher? Blablabla, ja, okay, machen wir auch. Seid vorsichtig. Wollen wir die andere Christ abgeben? Hm. Dann erstmal eben die Triade, würde ich sagen. Ich glaube, da kriegt man auch ne Tasche. Friede sei mit euch. Das Gleichgewicht der Natur. Ich glaube, ich nehme dann erstmal die Gürtel hoch. Ich glaube, da habe ich sowieso. Ähm, wirklich, äh. Okay. Da ist ein Stückchen weiter, da hinten. Genau. Gibt es Ärger? Teufelsmoos am Helden. Kann man nämlich schön miteinander verbinden, weil hier sind ja auch überall diese dämmlichen Pilze. Ja. Ja. Da ist ein Pilz, da ist auch mal ein Pilzpummer. Ja, ja. Ich weiß, hier oben ist auch einer. Ja. Die Blumen wissen wir auch, wo die sind. Warte mal. Und zwar mit 11 Lock. Eben mal die Quest noch einblenden. Habe ich. Da unten ist auch Platz. Ich gehe mal eben. Wie viel brauchen wir eigentlich? Sieben. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie weit sie verteilt waren. Obwohl wir sie schon finden. Ja, immer an den Bäumen eigentlich. Ja, ja, ja. Äh, kommst du grad zurück, oder? Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Dann renne ich auch so rum, die Pfälze zu sagen. Ja, ist wahrscheinlich einfacher, oder? Ja. Ja. Oh nein, die Teufelsmoos muss man die Viecher umhauen, oder? Was? Jetzt habe ich gedacht, kann man das schön miteinander verbinden. Okay. Ja, man muss halt gleich ein paar Viecher umhauen. Ja. Ja, ich bin gerade sechs. Ich bin schon fast ein bisschen vorkommen. Das ist doch sehr wichtig. Ja, ich bin jetzt nicht so weit weg. Ach so, was er ist? Und das muss man sieht. Ja, das ist wirklich schön. Wenn du sie alle hast, mir fehlen ein paar. Ich hab jetzt 5. Habt ihr es alle. Nichts Pülse. Eine noch. Da sind welche. Jocka. So, dann komm ich mal in deine Richtung. Ja, der war nicht geklärt hier. Bei dem anderen Lager war man eigentlich auch, dass es eine Kiste ist. Oh. Geh mir. Zack. Kein Teufelsmus. Immer Achtung und los geht's. Ein. Gut. Hier ist der kommt. Hier ist der. Hier ist der. Hier ist der. Ich liebe die Top-Taste. Stimmt, haben wir was. Die Miss minha volt sind. Oh. Hier? Oh don't boo. Das ist keine Ahnung. No. Ich tue keine Ahnung, kein Mal haben. ja okay das ist zu weit entfernt ja gut ich kann man dann egal die haben die drop chance aber richtig hoch gesetzt ist das eine kiste ich habe sowieso volle taschen da war auch nichts tolles drin nicht rechts oben ist leider Was uns hier gekündigt worden ist, war aber schon recht optimistisch, oder? So, einen Teufelsmus habe ich. Ich habe jetzt vier. Vier, ich auch. Rechts neben uns, ist wieder so. Der Papa hat eine Küche. Ja, der Küche ist eine epische. Hui! Hinter uns. Ach, wenn es länger dauert, ich dachte, wir müssen ja erstmal wegkommen. Ja. So. Hier drüben sind ja auch noch welche. Und für alle, die die Texte von der Hilfe lesen wollen, sollten dann mal das Video hinterher einhalten. Weil die lese ich jetzt definitiv nicht mehr durch. Oh, der kriegt Kohle. Tja. Dann können wir sich halt auch mal ein paar Bonbons kaufen, oder so. Ja, der Teufelsmus. Der Teufelsmus. Ich brauche noch zwei Stück. Ich brauche noch zwei Stück. Ich brauche mehr, Wanda. Ich brauche noch zwei Stück. Ich brauche noch zwei Stück. Ich brauche noch zwei Stück. Okay, nochmal sieben. Dann rechts etwas. Sind sie den? Ich habe jetzt 6. Ja, rechts. Nein, ganz rechts. Helene. So. Haben alle. Vielleicht noch nicht. Wir fehlen aus. Zack. Hier fehlt noch einer. Hm, gerüstet. Haben alle. Egal. Dann haben wir den einen auf eben. Gut. Ja. Zurück, mal zurück, wa? Ja. Oh, ich habe den Kaffee ganz vergessen. Wupser. Oh, da sagst du was. Ach ne, ich habe keinen ausgetrunken. Ich muss mal eine kurze Pause anlegen. Ich muss mal einen Kaffee drehen. Ja. Ah, die weite, weite Welt. Oh, das ist ein Kaffee. Hm. Äh. Hier fangst du dann halt weg. Ja. Das ist, das ist ja nicht. Ja, das ist ja nicht. Okay. Ja, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. cheater seht euch ruhig um ja gute qualität genau ganz ganz gute qualität leckere kieferhauken das fleisch halte ich mal fest vielleicht wenn man sich ja so was antun wie kochen geht in frieden ok dann jetzt blüten sammeln für die die oder haben wir noch eine andere ne haben wir noch hier im moment ok musst du erstmal wieder einblenden rechts um die ecke zack zack ach guck mal die ist jetzt auch ich bin ganz bald wie bei giftbeuten wir müssen ja sowieso in die spinnenhöhle wegen dem sekret für den anderen okie okie wo die blumen sind weißt du ja ne ja oder b meins 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 blümchen genau was machen wir denn berufstechnisch apropos blümchen ich kann das jetzt nicht plündern das ist eine interessante frage blümchen ich habe ich alle so ich jetzt auch baldweber sekret kam von den spinnen ne ja genau guck mal hier stehen schon welche gut ich Ich hab die nicht gekriegt. Oh, 1 von 10. Hier, Rückwunsch. Ja. Hier ist es noch einer. Ja. Ich hab das nicht von dieser Königin oder so? Ich weiß nicht mehr. Hier ist es für die andere. Oh, ein lustiges Stern. Ist ja fast so jetzt wie Dark Souls. Naja. Ganz so extrem dafür. Besser. Bleiben sie tot. Auf jeden Fall bis zum nächsten Leuchtfeuer. Oder wenn man selber stirbt. Hier kommen die Schenke wieder. Ach, okay. Okay. Ich hab das weit wie über sich denkt. Okay. Aber machen wir trotzdem, es gibt heute noch, oder? Ja, klar. Da. Ich muss schon mal... Ich muss mal ein bisschen Wasser. Warte. Ich muss auch gleich mal Wasser kaufen. Gott. Ich muss auch gleich mal Wasser kaufen. Ja. Man könnte glatt auf den Gedanken kommen, wir hätten das schon mal gespielt. Ach, selber ein paar Jahre her. Wir sprachen ja schon davon. Aber ich glaub, das hat noch keiner gehört. Das war noch viel Zeit, als wir ein Problem mit dem Ton haben. Wann an? Okay. Aber es geht ins Ton. Ja. Und nochmal zu erklären, wir spielen quasi genau das gleiche in Ruhe wie vor 16 Jahren schon mal. Ich erledere Tari mit dem Manta und Kiki mit dem... Ui. Aha. Ja, das... Komm, wir helfen. Echt? Nicht einmal Eifelstück, das soll selbst machen. Ah, Spinn, Leute. Ich habe ihm ein Maft geschenkt. Ja. An der Seite. Shit. Die kommt gleich. Ja, die kommt. Können wir hier runterspringen? Boah, machen. Okay. Da kommt er. Oh ja, ich werde, glaub ich, erst mal zuerst sterben. Ja, ich kann wohl auch. Ich bin schonmal ziemlich platt. Ähm, ja, okay. Ach, die ist tot. Du bist tot? Ja. Soll ich auf dich warten? Wieso warten? Ach, die ist tot. Ich hab gesagt, du bist tot. Nein, du! Ja, ich bin tot, sag dich doch. Ja, ich aber nicht. Warum sollte ich so was machen? Scherz. So, noch mehr ohne Fahrschar, aber ich muss jetzt noch mal etwas versetzen. Ja. Ich bewache deine Leiche. Ich hoffe, ich finde meine Leiche auch in dieser Hühle wieder. Ja, so kompliziert war das jetzt nicht. Da bist du doch. Da bist du doch. Da bist du. Nee, das ist ein anderer Toter. Ja. Oder? Warte mal, da waren... Cool, das ist mir noch nie aufgefallen. In dem Ehrlicht war ein Gesicht. Okay. Kannst du mal sterben, dann guck ich doch mal. Ich geb dir gleich. So. Wir waren auf dem Fall in diesem blöden Giftbottel. Ja, ich brauch sogar sechs. So, welche Richtung? Hier hoch. Da steht auch eine Kiste, ne? Darum bin ich ja hier hin. Da ist ein epischer Loot drin. Gibt es jetzt schon wieder, oder? Da ist ein epischer Loot drin. Okay, warte. Ich hole sie ran. Na ja. Jetzt seid ihr natürlich, du dochst du nein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Na, Ruhe ist weg. Wir waren zuerst da. Weiß ich nicht, aber mit den Eiern? Vielleicht vertue ich mich auch mit der Höhle. Nee, war hier. Ich hab sie gerade gesehen. Nein, mit den Eiern war mein Name aber. Ja, das ist ja der nächste Tag. Ja, das ist ja der nächste Tag. Ja, ja. Na endlich Nummer fünf. Woa. Ich fahre mal drin. Woa. Ich fahre mal drin. Ist da ne komische Spinne in den Schimpel? Ja. Keine Ahnung. Hat die plötzlich viel gebracht. Links. So machen. So. Sieben. Ach. Wie schön, wir können zählen. Oh, danke schön. Ich hole uns mal dran. Ich hole uns mal dran. Ach. Was erst mal was Mane? Oh, wo ist das passiert? Guck mal, ich muss nur eine, aber gut, wir sind ja sowieso auf dem Weg zum Ausgang, effektiv. Ja, Nummer 10, wunderbar. Muss ich ihn noch umhauen? Gut. Oh, okay, okay. Inventar ist voll. Oh, Inventar ist voll. Gut, ich mein's auch. Gut. Ich würde sagen, clevererweise gehen wir zuerst eben die Giftbeutel ab. Weil das Gegengift geht gleich auf Zeit, wenn es so ist wie früher. Ja, wahrscheinlich. Kann ich behilflich sein? Ach, da kam er rein. Ja, okay. Und vielleicht auch erst einmal verkaufen. Ja, bitte. Ehrlich. Wir gehen erst mal verkaufen, also macht überhaupt keine Sinne. Ja. Ich würde ja sagen Schneider, aber Schneider ist ein scheiß anstrengendes Ding. Oh nein. Oh nein, das ging nicht. Okay. Na. Jetzt häng ich aber fest hier. So. Immer mal cool sein. Seid gegrüßt. So. So. Das kann weg. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist das Gegenstand, das würde der Händler nicht haben. Das ist. Das ist das Grundstück für eine Questgegenstand. Mögen euch die Sterne leiten. Wie war dein Charakter nochmal? Erzieht. Mal gucken. Ich hab eine Umhänge mit fünf Rüstungen. Hast du einen Umhang? Nee, das hast du noch nicht. Warte mal. Dankeschön. Dankeschön. Die Göttin segne euch. Kups. Ich hab hier die Rechte. Die Göttin schützt euch. Die Göttin schützt euch. Hier, die Rechte. Mäß mit los Betränken verkäufen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Version so die Effekte, die sie voneinander rausgenommen haben. Das weiß ich auch nicht. Aber wenn man viel Glück kam, hast du sie so noch. Das wäre natürlich cool, die konnte ich ja nie zu Ende machen. Wollen wir die eine Größe noch abgeben? Ja. Oder wollen wir erst mal unterbrechen und uns dem Hobby des Abendessen widmen? Ach, der Deutsche ist noch maximal 10 Minuten, wenn wir oder immer. Soll ich spinnen? Das war der Typ da, ne? Ja, ja, genau. Das steht ja gleich auf der Seite. Ich stehe immer mit. Ich stehe immer mit. Der Nadris. Annehmen. Und los. Fünf Minuten. Ja, mein Gott. Ich kam mir damals so weit vor. Mir auch. So groß. So unendlich groß. Links oder rechts vorbei. Rechts vorbei. Ja. Lass aber auch links gehen. Ja. Doch. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist doch sehr schön. Okay. Dann können wir ja neu anfangen, dann nachher wieder mit dem geschlossenen Quest und so. Also nicht best, aber neue Fähigkeiten und... Ohlala. Seid gegrüßt. Bringt die Augen, oder? Hm. Verlohnung wählen. Äh, was gibt mehr Kohle? Steht ihm ja nicht bei, ne? Nein, da brauchen wir... Also wir brauchen wahrscheinlich doch mal irgendetwas. Und ich würd' sagen, eher, äh... Ja, kommen wir doch vor. Warten wir zu Anfang auch nie. Hm, Kasper, nimm euch die Sterne rein. Ja, ist das Ding. So. Dann brauchen wir noch ein blöd Spinnenei. Warte mal eben. Ich hab nämlich mal wieder nichts eingeblendet. So. Das Spinnenei war oben, das Ding, ne? Ja, ja, da, wo ich gerade sagte, war nicht mit den Eiern. Aber... ... 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 .... ... zusammen ich habe kein Ziel auch mal dadurch noch ein Skelett ich weiß stehen geblieben sehr schön wieso kommt die denn schon wieder angeschissen ich habe keine Ahnung ich habe mich wieder geärgert ich habe keine Ahnung und jetzt schnell schnell ist gerade nicht da haben es der gleiche genommen einer gewinnt ja angeblich schnell mal im Lied auf gleichem wege zurück oder Oh, guck mal hier. Ich bin recht vorn hier. Ich bin recht vorn hier. Ich habe wieder eine Dardifiecher. Warum hat eine Spende ein Käferauge? Warum hat die vorher den Käfer auch gelüftet? Die hat ja nur einen Bauch. Die überwacht dein Skelett. Es ist recht nützlich, mit anderen Spielen zusammenzuspielen. Weiter habe ich es nicht gelesen. Na dann. Ich habe einen Schiff. Ich habe einen Kumpel durch. Das sieht doch... Das soll reichen. Das hat wohl aus der Sicht gelaufen. Ich bin ja nett. Das ist hinter dir. Okay. Dann gehen wir die jetzt noch eben ab. Ja. Das ist gut, oder? Ja. Diese Streams werden wir auch nicht planen. Wir werden die einfach streamen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das wird einfach spontane Geschichte. Wenn es hinter mal mehr Mitspieler gibt. Ja gut, wenn es an Dungeons und Raids und was weiß ich nicht geht, dann muss man das natürlich planen, aber... Das dauert noch ein bisschen. Wir waren noch nie die schnellsten Leveler. Nee. Ich befürchte auch mal, das Projekt wird auch ne Zeit brauchen, um überhaupt, ne? In die Pusse zu kommen. Wir können sich die Kleinen natürlich noch mal anhauen, wenn er mich Bock hat, nochmal mitzumachen mit seinem Klammer. Jo. Neue Auflage natürlich. Ja. Wo musst du das Ding denn hin? Wo musst du das Ding denn hin? Ja, zu dem, äh... Aufgang da. Hinterm Friedhof gleich links. Wie darf ich helfen? Ja. 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 Na, na ja. Wollen wir die noch machen? Ähm, ich würde sagen... Guck mal jetzt... Wir müssen nur den Bau hoch, ne? Genau. Na, dann schauen wir mal. Ich habe mal ganz oben gewartet, mich an scender können natürlich mal bei den Klassenlehrern noch eben vorbeigehen. das war hier ganz normal da genau dann wird einem schon wieder los 30 kilo leichter mit dem spiel auf schön wäre hier ist nichts doch das lehrer auch der linke ist ein lehrer ich bin ganz der linke ja ja ok alles klar verjüngung so was war denn jetzt das war aspekt des affen ähm ne questlock war das nicht das war äh war das nicht lebt wohl und schlamm ist zack bei den icons das buch ich würde sagen genau eine etage hoch genau dann ist erstmal ende im gelände ja und für alle die des hintergefallen hat und das sogar mitgeguckt haben die können uns gerne abo da lassen ich bin gehen dann können da sogar benachrichtet werden oder auch bei youtube die schwindel ist online sind natürlich nur bei zwischendurch So, ach, die Mondbrunnen-Geschichte, genau. Ja gut, okay, ganz fertig sind wir hier noch nicht dabei. Denke ich, oder? Ja, ich würde sagen. So, dann machst du ja auch viel mit. So, zopp, zopp. Nee. Träger winken. Genau. Eins. Warte mal, ach so, wir zusammen, ja gut. Ja. Eins, zwei, drei. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns hoffentlich. Genau, bis dann. Hasta la vista. Ciao, ciao.